Das ist halt einfach der schlechte, das erklären, wie die bloß Elo haben können. Die ist halt wirklich so, die sind absolut scheiße. Die sind auch richtig schlecht. Die können einfach nix. Warte, wir holen die kurz. Ich telefoniere kurz und ich habe gesagt, wait a second. Egal. Zock einfach dabei, Mann. Äh, soll ich nocken oder willst du? Was hast du für eine Picke? Eisen-Picke. Eisen. Okay, ja, ich nock. Nock, 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 nock. 3, 2, 1, go. Äh, geh. Ja! Alter, die haben so Hits bekommen, Junge. Ja, aber wie will man die auch werfen? Jo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Top 5 Clips of the Week. Das hier ist jetzt zwar mal so ein bisschen besonders, denn das hier ist nur der erste Teil, denn es wurden tatsächlich die meisten Clips bis jeher eingesendet. Ich saß gerade allein drei bis vier Stunden dran, diese ganzen Clips überhaupt auszuwerten, welche am besten sind, bla bla bla, etc. Und nächste Woche Dienstag, also jetzt in zweieinhalb Tagen, wird der zweite Part davon kommen, denn es waren insgesamt 10 Top 5 Clips of the Week taugliche Videos. Das bedeutet, dass ihr jetzt auch für nächste Woche Samstag einschicken könnt, denn diese für diese Woche oder nächste Woche Dienstag stehen schon fest. Das sind nämlich Clips aus dieser Woche auch, aber da es so viele gute Clips waren, ist ein zweiter Part, der am Dienstag kommt, da. Und die Clips, die ihr jetzt einsendet, sind dann für nächste Woche Samstag da. Ja, deswegen nochmal vielen Dank für euren fetten Support einfach und für all die Leute, die jetzt in dieser Folge nicht drankamen, die kommen vielleicht noch am Dienstag dran, denn dort werden dann die rechtssichtlichen Clips vorgestellt. Und Clip 1 ist von Taluax. Psst, und an die Leute, die jetzt auf einen Clip von einer speziellen Person warten. Clip 3, psst. Psst, und an die Leute, die jetzt auf einem converser. Und vorab nochmal gesagt, die Reihenfolge der Videos, wie sie hier gelistet wird, ist keine Platzierung, ihr könnt nämlich in den Kommentar mit einem Like auf den jeweiligen Kommentar abstimmen, welchen Clip ihr am besten fandet und ja, die Reihenfolge hier ist zufällig. Und der zweite Clip ist von Cube. Und der dritte Clip, auf den jetzt schon viele gewartet haben, wo mir selber bewusst ist, dass er einen großen Haufen Ironie und Sarkasmus beinhaltet, aber mir ist jetzt egal, dass weil ich einfach die Reaktion nice fand, ist von Domi. Alter, diese Tactics, Junge. Der steht auf Leiter. Warte, der steht auf Leiter, der steht auf Leiter. Pass auf, pass auf. Look at my skill. Ohoho! Pass auf, pass auf, pass auf. Pass auf. Domi, du Hacks. Pass auf. Pass auf, alter. Vemis Top 5. Boah, Vemis. Okay, was könntest du uns wirklich bei Vemis? Das könntest du ja nicht einschicken, Digger. Bitte macht es, Domi. Und der Fede-Clip ist von Zura und einmal an dich und alle anderen, die irgendwelche Clips mit MLG-Helper einschicken. Mir ist das egal, ich finde, man bekommt keinen PvP-Vorteil oder so, deswegen werde ich die Clips auch nehmen, auch wenn der MLG-Helper oder sowas drin ist. Jedoch müsst ihr selber wissen, dass es eine verbotene Modifikation ist und falls euch jemand für dieses Video hier reportet, ihr auch sehr wohlgewandt werden könnt. Und, ähm, ja. Damit der machen kann. Ey, wenn ich Bett hole, Clips, Clips, Clips. Denkst du, die Sophia Band nicht will ich prüfen, wenn ihr teintet? Nein, nein, lass mal lieber. Oh mein Gott, ich lebe noch. Wim, Alter, verkörpert da wieder die gute Laune. Und der fünfte Clip ist von Zai und nochmal wirklich ein großes Dank an alle, denn es wurden einfach so viele Clips mit Stimme eingesendet und also mit der Reaktion, das finde ich eigentlich ist wirklich am heißesten, wenn man die Reaktion drin hat und an die Leute, die Replay-Clips oder so einschicken, ähm, ich werde keine Replay-Clips nehmen, es sei denn, man sieht auch die Sicht aus deiner Sicht. So. Er ist ein Nock, Alter. Wie geht's hin, Bruder, Alter. Keine Töten, keine Töten. Einer hat zuzutäte, oder ist gestorben? Alter. Töten. Komm, komm. Komm, wer hat sich ein paar Wetter, hat der Kopf ein Polikus, schnell. Pass, pass, pass. Wer hat sich ein paar Wetter. Nein. Jetzt über die, über die, über die. Über die, über die. Ich sage jetzt, wir rausgestorben. Bett. Nein. Herr, wer den, ganz. Ja, das war's mit dieser Folge Top 5 Clips of the Week, aber ich hab noch so eine kleine Sache und zwar kommt ja nächste Woche Dienstag auch nochmal eine Folge Top 5 Clips of the Week. Die Clips, die ihr jetzt einsendet, kommen übrigens erst nächste Woche Samstag, da die Clips für nächste Woche Dienstag schon festgelegt sind. Ich hoffe, das wird jetzt nicht so toll. Aber ich sag noch eine kleine Voraussetzung und zwar kommt die Top 5 Clips of the Week folge am Dienstag nur, wenn dieses Video 7 Likes bekommt. 7 Likes tatsächlich, deswegen müsst ihr alle einmal den Like-Button drücken. Also jetzt alle einmal kurz das Video hier lesen und den Like-Button drücken, denn bei 7 Likes kommt das am Dienstag. 7 Likes. Tatsächlich. 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 Tatsächlich.